Wie viele Module brauche ich eigentlich, damit eine PV-Anlage wirklich Sinn macht? Hallo zusammen, in diesem kurzen Video möchte ich nur darauf eingehen, wie viele Module brauche ich eigentlich, damit eine PV-Anlage wirklich Sinn macht. Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, selbst mit einem Balkonmodul kann ich wirklich schon durchstarten, aber ein einzelnes Modul, was ich mir am Balkon hänge, das ist natürlich keine Photovoltaikanlage im klassischen Sinne. Das ist Liebhaberei, das ist Spielerei und ist auch nicht ohne weiteres so umzusetzen. Bei uns, bei der Energiekonzepte Deutschland, fängt eine Photovoltaikanlage an mit acht Modulen. Das heißt, das Dach braucht mindestens eine Fläche von etwa 20 Quadratmetern und dann ist man darauf vorbereitet, wirklich mit einer Photovoltaikanlage zu starten. Aber auch acht Module ist nicht unbedingt das, was für jeden geeignet ist, nämlich bei einem Stromverbrauch von 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden braucht man schon deutlich mehr Module. Und deutlich mehr, da rede ich hier von wahrscheinlich 15 bis 20 Modulen, je nach Dachausrichtung, das braucht man letztendlich. Und hier einfach eine gute Vorstellungskraft zu haben, wenn man eine 10 kW-Anlage, eine 10 Kilowatt-Peak-Anlage errichten würde auf seinem Dach, braucht man in etwa eine Fläche von 40 bis 60 Quadratmeter. Das ist die Grundvoraussetzung und dann kann man auch schon losstarten. Ich hoffe, damit konnte ich helfen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.